Hallöchen Leute und willkommen zu Let's Play The Walking Dead The Final Season. Der große Abschluss dieses Franchises, wie es scheint. Nach langer Suche haben die jungen Überlebenden Clementine und AJ nun endlich die Chance in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie werden auch verbringen müssen, um es zu beschützen. Das heißt, sie hat dann wohl AJ doch gefunden am Ende der dritten Staffel, denn da hat sie sich ja auf die Suche nach ihm begeben. Ich bin auf jeden Fall echt sehr gespannt, wie das jetzt hier ist. Eine Sache jedoch muss ich erstmal in den Einstellungen machen. Und zwar gibt es mehrere Sprachen tatsächlich. Normalerweise war das ja sonst immer auf Englisch. Jetzt gibt es sogar eine deutsche Sprachausgabe. Ich werde sie allerdings auf Englisch umstellen. Es tut mir wirklich schrecklich leid, aber ich finde einfach die Englische besser und außerdem kennen wir die Englische schon. Oder generell die anderen Teile waren auch immer auf Englisch, deswegen belasse ich es jetzt einfach mal bei Englisch. Text wird natürlich trotzdem auf Deutsch gelassen, ist natürlich offensichtlich. So, weil ich bin nämlich kurz reingestellt und da hat es irgendwie auf Deutsch. Also anscheinend gibt es jetzt hier eine deutsche. Das ist ganz nett, aber brauche ich nicht. Oder will ich nicht, besser gesagt. Was ist das denn? Also, ja, Episoden, äh, Moment. Weil vorher gab es nämlich ein ganz anderes Menü. Genug mit Wettrennen. Genug mit Wegrennen. Folge einstarten. Wenn die Möge angefangen haben, bin ich klein und allein. Bis ein Mann namens Lee wurde mein Protektor. Was ist das? Was ist das? Genau, das ist jetzt so ein Recap quasi. Was ist das? Eine Frau in unserer Gruppe namens Lilly, hat ihren Vater verloren. Und dann konnte sie einfach nicht erlauben. Sie hat das Leben, das Lee schaffte. Lee zeigte ihr Kindheit, aber sie hat es später noch verstanden. Normalerweise müsstest du dich hier entscheiden, was du alles gemacht hast. Aber da wir ja unseren, da dir unsere Save-Files erkennen, müssen wir das nicht. Deswegen steht da immer dran, drücke X und 4 zu fahren. Ah, nee, aber hier gibt's... Ja, wir haben gesagt, halt dich von Städten fern, hatten wir gesagt. Ja, wir sind weg von den Städten fern, sie sind einfach nicht wert, die Risiken. Lee nicht machen. Er wusste, dass es der Ende war. Er hat einen finalen Request gemacht. Er hat mich gefragt, um ihn zu fern. Er hat mich gefragt, um ihn zu fern. Und ich habe es gemacht. Ich habe eine andere Gruppe nach dem, Menschen verletzten, die sich von ihren Vergangenen verletzten. Es gab eine Frau, die eine Frau zu einem Mann, der Alvin Jr. AJ. Er hat es geschafft. Aber die Mutter hat es nicht. Und ich habe ihn geholfen. Ah, okay, hier wird doch noch entschieden. Also anscheinend gibt es doch nicht meine Safe-Files von Teil 2. Aber ja, wir haben Kenny erschossen. Ja, da ging es du. Ja. Ich habe das doch erwähnt, okay, cool. Sie haben von mir genommen genommen. Sie haben mich zu Hause genommen. Ich dachte, vielleicht waren sie richtig. Ich habe meine Gute. Ich habe später noch nicht geregelt. Ich habe lange nach dem Zeit searched. Gerade als ich auf die Hoffnung habe habe, ich habe ihn gefunden. Wir suchen zusammen jetzt für ein Ort, wo wir nach Hause kommen. Ich bin alles, was AJ hat. Er ist alles, was ich habe. Und ich werde ihn mit meinem Leben schützen, wie Lee für mich hat. Ich bin alles, was ich habe. Aber wo hat sie ihn jetzt wieder gefunden? Und warum ist er so viel älter? Was ist passiert? Also da, das würde ich mal wissen, was ist denn jetzt da passiert? Ich mag nicht goofball. Ich bin zu groß für ihn. Oh, ich habe immer called you goofball. Es ist Zeit für dich zu stoppen. Es ist Alvin Junior. AJ funktioniert noch? AJ funktioniert noch. Was ist passiert? AJ? Hungry. Wer gibt das Spielzeug oder wer gibt die Zeitschrift? Hey there, Alvin Junior. It's me, Disco Broccoli. Word on the street is that you want to eat me. Is that true? Do you want to eat me? Süße. Come on, Clem. I can't eat a toy. Ja, wie alt ist denn der jetzt? Oh Mann, meine Gefühle sind schmerzt. Mein Schmerzt schmerzt. Was? Ja gut, warte mal. Wie alt war Clem denn in der zweiten Season? War sie ja elf, glaube ich, am Ende. Das heißt, es könnte sein, dass sie jetzt hier 16 ist. Das könnte sein. Das wird dann auch passen, dass er dann irgendwie fünf Jahre alt ist oder so. Hier geht's. Das ist alles, was wir haben. Was für dich? Geh es. Wir finden etwas anderes bald. Ich glaube dir. Wie gesagt, war das Clementine oder David? Weil David hat ja zuvor auf ihn aufgepasst. Es sieht klar aus. Wir machen es. Wir brauchen Wasser, auch. Freunde, bitte klingeln. Da steht sogar alles hier auf Deutsch. Okay, krass. Was machst du denn? Was machst du denn? Oh Scheiße. Okay, aber die Kamera-Perspektive ist interessant. Jetzt haben wir hier so eine richtige Over-the-Shoulder-Perspektive. Und in den anderen Teilen war das ja so eine dynamische, feste Kamera. Was? Es gibt hier sogar so ein richtiges Combat? Also keine Quick-Time-Vents mehr, sondern ein Combat so in etwa. Was? Monster-Trap? Es ist nicht ein Trapp. Du siegst auf. Für Spaß? Du in die Türen und jemanden du dich so, dass du wirklich hoch gehst. Oh, ich will versuchen. Nachdem wir den Ort entfernen. Ich bin okay. Könnte zu einer Mütze passen. Probieren wir noch nicht gewaltsam die Tür zu öffnen. Gucken wir erstmal, ob es noch einen anderen Weg gibt. Das ist eine Tonne, aber kein Fass. Trinkwasser, nein. Das sieht nicht nach einer guten Idee aus. Aber gewaltsam die Tür öffnen können wir mal machen. Weil an sich ist hier niemand mehr da. Niemand kennt uns. Das ist richtig. AJ hört immer zu. Was zum Teufel? Eigentlich nicht, aber trotzdem vorsichtig. Eine Entscheidung um zu bestimmen, wie er sich entwickelt. Oh Gott. Das heißt, wir müssen ein gutes Vorbild sein. ein kartenhäuschen töd die halt vielleicht erst mal das ist das süß kann ich jetzt umbringen immerhin haben sie sich festgebunden jetzt gibt es hier nichts oder wie du könntest die auch einfach töten let's be smart that's right ja allerdings Vielversprechend Ach süß Damals musste sie immer überall durchklettern Weil sie immer noch so klein war Und jetzt ist auch schon zu groß dafür Ja, klar, aber rein Okay Okay Oh oh Außer es sind nur die Paare Ja, außer das Paar Ja 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 Da drunter ist was, hm? Ja Oh Oh Was Ach du Scheiße Ja 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 Ja